Die Provinz Lachila ist eine Provinz der italienischen Region Aputzen. Hauptort ist Lachila, zugleich Hauptort der Region. Die Provinz hat als einzige der Aputzen keinen direkten Zugang zum Meer. Bis zur Gründung des Königreichs Italien 1861 gehörte die Provinz zum Königreich Neapel und wird daher auch heute noch zu Süditalien gezählt. 1927 wurde der westliche Teil der Provinz an die neu gegründete Provinz Ritti abgegeben. Geografie Die Provinz wird vom Hochgebirge der Aputzen bestimmt, die im Gran Sasso-Gipfel, dessen höchster Punkt, der Kornogrande. Allerdings schon in der Provinz Tiramo liegt mit 2914 Meter Höhe ist der Kornogrande die höchste Erhebung des italienischen Abniens. Wichtigster Fluss ist der Aterno. Im Süden liegt die fruchtbar Hochebene des trockengelegten Fucina-See. Neben Lachila sind die wichtigsten Städte Avezzano und Sulmona. Etwa drei Viertel des Nationalpark Aputzen, Lazium und Molis liegen in der Provinz. Außerdem hat die Provinz großen Anteil am Nationalpark Gran Sasso und Monte della Laga und am Mailer Nationalpark. Damit ist die Provinz Lachila die Provinz mit dem höchsten Anteil an geschützten Flächen in Italien. Der Nationalpark Gran Sasso besteht aus zwei Bergketten, dem schroffen Gran Sasso-Massiv und den sanfteren Monte della Laga. Der Gran Sasso, der große Fels Italiens, besteht aus einer wilden Landschaft geprägt von gezackten Gipfeln, chämmen und senkrecht abfallenden Wänden. Während die vielen Spitzen der östlichen Seite und die spektakulären steil von den Hügeln aufsteigenden Kalksteinwände dem Massiv einen hochalpinen Aspekt verleihen, erinnert die westliche Seite mit dem Hochplateau Campo Imperatore mehr an Landschaften der inneren Mongolei. Ein für europäische Augen ungewohnter Eindruck von Weite und Erhabenheit. Von diesem Hochplateau aus erreicht man den ewigen Schnee des Calderone des südlichsten Gletschers Europas. In den Nationalparks gibt es noch eine relativ große Population von Wölfen und Bären. Geologie Der Bereich des italienischen Abnins wird von zwei Plattengrenzen durchlaufen. Die Provinz La Chila wurde deshalb häufig von Erdbeben heimgesucht. Das erste überlieferte Beben ereignete sich am 3. Dezember 1315. Am 2. Februar 1703 forderte ein Beben 2400 Opfer. Das schwerste Erdbeben forderte am 31. Juli 1786 über 6000 Tote und zerstörte die Stadt völlig. Auch am 13. Januar 1915 und am 24. Juni 1958 war die Stadt von Erdbeben betroffen. Beim letzten Erdbeben am 6. April 2009 kamen 295 Menschen ums Leben. Betroffen waren vor allem die Provinzhauptstadt La Chila und die östlich von ihr gelegenen Dörfer. Politik Stefania Pezzopane wurde im Juni 2004 zur Präsidentin der Provinz gewählt. Ihr Mitte-Links-Bündnis stellt auch mit 15 von 25 Sitzen die Mehrheit im Provinzrat. Größte Gemeinden Quelle ISTAT